Hallo und herzlich willkommen beim Bootcamp. Und wer diesmal dabei ist, wird jetzt gleich so eingeblendet. Und zwar jetzt. Oh, hallo. Ich bin Tiffany. Ich bin die Braut von Chucky. Und wer seid ihr? Die kennen uns nicht. Das ist frech. Das ist mir eigentlich auch egal. Was starrt ihr so? Ich mag das nicht. Ich kann auch anders. Wollen wir spielen? Jawohl, was wollen wir zocken? Bloß keine Shooter, die kann ich auf Konsole nicht. Oh, Alter, die ist gruselig. Das kommt mir irgendwie. Irgendwie. Hat mir schallkaut? Hm, 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 hm. Häng auf mein Bier, wo möglich etwas Bier, der Typ hier, der heißt Siegel. Äh, Herr Ocenen, ich bin hier. Äh, Fabian. Alles okay? Ich glaube, du brauchst dringend Urlaub. Ich ruf dir mal kurz ein Taxi. Ich bräuchte ein Taxi in die... Könnten Sie den Kollegen vielleicht vorwarnen, wir gehen auf eine Halloween-Party, nicht dass der einen Totschlag kriegt? Sagen Sie bitte Bescheid. Danke, tschüss! Ja komm Fabian, ja komm! Sie sind vorgewarnt. Er neigt zu Wahnsinn und schrägen Gesang. Gute Fahrt, ne? So, der Fabian fährt jetzt nach L.A. auf Erholungskur quasi. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Danke, bis dann! Fang doch so an, dann besser. Genau. Entschuldigung. Kannst du vorher aufstehen? Ne. Okay. Kannst du alle meine Enten spielen? Ne. Das hemmel dich nach hinten. Ja, irgendwas musst du können. Siehst du? Ja. 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 Ja.